Physis? Ja, guck ihn dir mal an. Guck ihn dir mal an. Schon ein bisschen mehr in den Kraftraum gehen, ne? Felix? Der 43er ist dran. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute eine kleine Prediction. Gucken wir mal, was die Jungs sich für FIFA 23 auf die Karte schreiben. Die Karten werden am Ende auch verlost. Deswegen alle Links in der Beschreibung abchecken. Heute haben wir die beiden Jungs am Start. Gerrero und Can. Will, ich bin ein Trommel. Geht's euch? Alles gut? Allerdings werdet ihr nicht eure Karten selbst prognostizieren, sondern das andere jeweils. Klar doch. Wir haben was Besonderes. Es ist deine erste Karte in diesem Jahr. Freust du dich drauf? Ja. Also freundlich kann man die irgendwie spielen, aber ist auf jeden Fall cool. Und ich würde sagen, wir fangen an, Jungs. Ihr könnt jetzt mal eure Werte eintragen, was ihr für den anderen geben würdet. Deine persönliche Meinung. Einschätzung. Boah. Du kennst deine Karte nicht von letztem Jahr, oder? Die Rating? Der hatte ja auch gar keine. Ich meine von ihm. Achso. Ne, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Okay, das ist gut. Dann haben wir gleich schon mal einen guten Vergleichswert. Oh, wenig Tempel. Ist auch nicht so schnell. Boah. Das ist halt eine Bronze-Karte. Das ist das Problem. Du kannst sie auch zu einer Gold-Karte machen, wenn du sagst. Ne. Ist schon realistisch. Schuss? Ja. Ja, gut. Schuss. Against Leverkusen. Du erinnerst, wenn du einen verrückten Garten schickst? Du weißt, es passt. Felix, was nach Schießen? Kannst du schießen? Das ist schon ein rechten Hammer, oder? Ich hab schon Bums. Passt. Passt auch überlangt eigentlich. Tom, bist du schnell? Also nicht. Ich bin schnell, doch nicht langsam. So ein Mittelding ungefähr. Ja, so ein 60er Tempo-Ding ist das. Bist du denn schnell? Ja, ja. Letzten FIFA hatte ich 71. Könntest du jetzt Richtwert? Kannst du dir, was ich auswände? Dribble. Emre likes to dribble. Yes. Allrounder. Gönnst du ihm schon eine Silberkarte zum Start? Regne Gold. Defensiv. 90. Aggressiv. Maschinen. Physik. Schau an ihn. 90. Füße. Ja, guck ihn dir mal an. Guck ihn dir mal an. Schon ein bisschen mehr in den Kraftraum gehen, ne? Ja, links? 43er ist da. Ehrliche Rating. Ehrliche Meinung zu Rafa. Für mich Topspieler. Walkout. Enttäusch mich nicht. Okay. Dann gucken wir uns mal jetzt hier die beiden Karten an. Was haben wir denn so leckeres hier? Schuss 23. Fangen wir mal an mit rotes Karte. 66 Tempo für die erste Karte. Wärst du damit zufrieden? Ja, bin ich mit zufrieden. Ja? Ja, ist okay. Was würdest du dir persönlich geben? 66, aber für ne Bronzekarte ist das gut. Ja, für selben Bronzekarte ist das gut, wenn man das so sieht. Aber 23 schießen? Ich hab Tom ehrlich gesagt noch nie schießen gesehen. Achso, ja dann ist das vielleicht auch berechtigt, oder? Was sagst du? Ich bin jetzt vielleicht kein Stürmer, aber ein bisschen besser als 23. Ja, auf den Tag. Ich akzeptiere es mal. Also für ne Bronzekarte? Top, oder? Kann man mit arbeiten. Aber würdest du dir so die erste Karte geben, oder was würdest du dringend ändern? So, wie sie da ist, würde ich sie nehmen. Ja, aber mit dem Schusswert... Ja, schießen braucht er sowieso nicht als Verteidiger. Ja, stimmt. Aber wenn du mal nach vorne gehst und ein Finesse-Schuss, R1-Schuss oder so, wird ganz schwierig. Ja, auf jeden Fall nicht. Seid ihr zufrieden? Guckt euch das mal an. Fangen wir mal bei Emre an. 89 Tempo. Würdest du das geben so schnell? Ja. Ja, ja. Kommt auf einen wie mir. Ja. Kennst du ihn vorher? Nein, ich weiß nicht. Nein? Aber es ist so ähnlich. Ich weiß, Emre hat immer gute Karte in FIFA. Ich erinnere mich, wenn ich viel spiele. Aber ich wusste nicht, welches Nummer genau das ist. Ja, aber das ist eine gute Predigung, ich denke. Ja. Sehr schöne Karte. Sehr schnell. Sehr stark, du weißt, Physik. Und Rating 83, Upgrade. Das ist auch so schön. Ja. Dann haben wir die Karte mal durch und so. Jetzt gucken wir uns mal deine Karte an, Felix. Mit dem Vergleich zu letztem Jahr. Ja. Oh. Schattes Magnet. Ja, vergleich doch mal, ohne dass er die Karte vorher gesehen hat. Also 80 Tempo, letztes Jahr 71. Ist ja schneller geworden, sagst du. 80 zu viel. 80 zu viel. Sorry, sorry. Zu viel. 70 schießen. Auf jeden Fall, stimme ich ihm zu. 10 hoch? Ja. Ja, stimme ich ihm zu. Passen zwei runter? Ja, auch in Ordnung. Nimm ich mit. Hier, Defensive 69. Warum die 69? Ist das ein Grund? Nee. Aha. Aber dann, das Gesamtrating ist nochmal ordentlich nach oben geschossen. 78. Das heißt, eine Goldkarte nächstes Jahr. Nein, 72 reicht. 78 schon Goldkarte? Ja. Ja. Was sagst du im Bild? Welches findest du besser? Links? Ich find hier besser, weil hier ein bisschen am Lachen. So ein bisschen. Ja, der Bart könnte ein bisschen gepflegter sein. So ein bisschen hier so, ja. So, ich hab nie auf dem Bild. Der Bart. Der Bart könnte besser sein. Genau. So ist der Bart, super. Oder was fandst du besser? Beides hässlich. Ey, schau mal, Rafa, was haben wir hier? 75? Ja. Wahrscheinlich? Nein. Für mich ist das normal, ja. Normal? Ja. Du bist nicht so schnell? Nein, ich bin nicht so schnell. Letztes Jahr, du hattest... Ja, schon. Gut getroffen. Aber ich denke, ja. Das ist echt. Okay. Schuss 84? Ja, gut. Ein guter Schuss? Ja, ja. Ein guter Schuss. Ein guter Schuss. Ein guter Schuss, ja. Mit Glück. Ja, ja. Das ist mit Glück, ja. Physikal 58? Ja, das ist zu wenig, ja. 58 hier, ja. Es ist wie nichts, ja. 58? Ja, ja, ja. Hast du schon viel trainiert, ja? Ja, ja. Was soll ich... Ist er auf dem Kraftraum? Jetzt muss er. Jetzt muss er. Jeder muss. Sie pushen mich. Ey, Leute! Das waren eure beiden Karten. Ihr könnt ihr auf jeden Fall jetzt nochmal beide unterschreiben. Die werden dann verlost auf unseren eFootball-Kanälen. Deswegen alle mal abchecken, follow da lassen. Dann gucken wir mal, ob die Karten auch so in FIFA rauskommen werden. Schauen wir mal. Danke, dass ihr am Start gewesen seid. Das hat Spaß gemacht. Danke, dass wir hier sein durften. Das war's auf jeden Fall hier mit den Jungs. Hat Bock gemacht. Dankeschön. Gerne, gerne. Haut rein. Die Jungs haben nochmal die abschließenden Worte. Komm, sag was. Alle Fähigkeiten kaufen in FIFA 23. Kommentar da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ciao. So, tschüss.